Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Tippspiel Neunterspieltag und Hamburg, Bayern München also da tippe ich ein 1 zu 0 ähm Schalke Eintracht Frankfurt Jahrhundert mit der Leichte und auch 1 Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen und durch kann Werder Bremen nicht aufstehen, aber ich muss leider zu gehen ähm SC Freiburg gegen FFDK aus Lautern 2 zu 3 und Hannover 690 gegen FNC Köln 1. FC Nürnberg gegen VfL Wolfsburg 4 1 1 Schönen 4 1 1 1 1 2 und auch mal ein Grund zu die Welt zu wollen weiter können bei den Kunden Prozent Prozent der Begleit und wird auch betätigt werden und wenn ich mal ganz herzlichen Verkaufungen zu haben 1 ja auch noch gar nicht die Ruhe und das Geld tschüss